Na, komm, komm, lass kurz die Papiere uns. Na, geh. Warum nicht? Ich bin zu fertig, komm morgen. Wie lang war das denn schon? 2 Jahre, 2 Jahre. Jaaaa... Ach komm schon. 4, 3 Jahre. Bist du bei mir im PC? Kein Windkümmler. Wie alt bist denn du? 1.2. Du zahlst nur die Hälfte beim MTC, hast du das gewusst? Ja, aber die Sprache ist eigentlich eine Frage zu sehen. Ja, wie sie. Aber du kriegst da so viele Vergünstigungen. Kino... Ach so? Und so weiter, ja. Hat dann überlegt. Schon, gell? Ja. Und dann, hoffentlich wirst du auch bald mit mir. Sehr cool. Okay. Viel Spaß noch. Danke.